ja habe dir und herzlich willkommen meine münchen friends hier sei aber und vielen dank fürs einschalten und vorbeischauen und natürlich tanks vor euren support wieder abermals ja geht es hier jetzt in diesem video um hbar und xtc und ja abermals ich weiß gar nicht wie viele videos und punkte und reale anwendungen die man schon getestet hat und ja es hat gepasst und so weiter bezüglich hbar und xtc und was nicht alles ja gott verdammt sozusagen hier auf hbar und xtc aufgebaut wird es ist einfach so kreis partnerschaften von denen spreche ich erst mal fange ich gar nicht mal an es ist unglaublich und die vorteile der blog chain also freunde ich bin mega bullisch ich versuche natürlich so rational zu denken und zu bleiben wie es mir irgendwie nur so möglich ist aber bezüglich hbar und und xtc kann ich momentan einfach nicht nicht bullisch sein ja es ist kein fomo ich denke natürlich noch trotzdem rational also es muss noch vieles geschehen damit der preis dann schlussendlich auch mitkommt ja ich kenne euch da draußen ja euch preischecker oder allgemein in unserer gewinnen in unserem geliebten crypto space sind einfach zu viele preischecker die nur auf den preis schauen und egal also freunde was ich eigentlich damit sagen möchte ich denke auch diese news die ich jetzt euch hier nennen werde bezüglich hbar und xtc und was ich euch schon alles schaut mein content an bezüglich hbar und xtc schaut euch meine videos an ich weiß gar nicht mal welche punkte ich da schon genannt habe so viele punkte gibt es da und so viele news und reale anwendungen und reale lösungen was hb und xtc natürlich mit sich bringen können und die vorteile der blog chain ja schaut euch gerne an es ist zu viel um das einfach hier im kopf zu behalten jetzt und all das ergibt einfach einen gesamtbild bei mir dass ich einfach sagen kann hbar und xtc werden oder müssen eigentlich ja also müssen in den top 10 landen ja ich habe ich immer wieder dieses bild hier rein weil es einfach richtig geil ist also wer es rationer wem das rationale denken einfach fremd ist oder sich richtig schwer tut damit der bleibt natürlich in einer kleinen bubble vom riesengroßen bubble gefangen ja das heißt also bitcoin nfts und meine meinung oder meinetwegen xrp maxi qnt maxi ja es ist richtig geil zu sehen dass eigentlich so wenige von meinen content creator kollegen einfach über hbar und xtc hier einfach die news die hintergründe und tief in die materie reingehen bezüglich hbo und xtc was meiner meinung nach natürlich auch wiederum gut ist denn wir haben richtig richtig ja günstige preise hier zum beispiel jetzt h bar richtig geiler ja abwärts trend seit dem 19 august zum beispiel schon also gucken wir mal ja biermarkt es ist es best würde ich mal sagen dann also wie gesagt hedera auf rang 31 momentan xtc auf rang 48 leute ist eigentlich auch schon nicht zu unterschätzen ja weil top 50 ist ja auch schon mächtig heftig und das sogar noch im bärenmarkt also man hat sich hier schon ja stabilisiert und gefangen bezüglich xtc haben wir hier in den letzten monat im letzten monat hier einen richtig guten anstieg gesehen auch weil man hier natürlich auch ja reale transaktionen genutzt hat um zu beweisen ja es ist hier für das traditionelle finanzsystem sage ich jetzt mal einfach ja von vorteil ja und bevor ich hier noch weiter das blabbern anfangen fange ich einfach mal an freunde auf jeden fall merkt euch dass block chain ist einfach mehr wie nur bitcoin irgendwelche maxis mit ihren projekten und nfts ja es ist unglaublich wie vielfältig bitcoin ist und wo man sie alles überall nutzen kann in in jeglicher nische eigentlich ja also let's rein ins video freunde vergesst mir nicht vergesst mir nicht crypto conference riche beach 2024 ihr habt immer noch die möglichkeit bis ende oder sagen wir mal bis bis zum ersten oktober habt ihr noch immer die zeit euch zu registrieren ihr müsst gar nichts zahlen ja wir müssen erst einmal diese 200 community mitglieder mit uns allen content creator natürlich erreichen und wenn das erreicht ist dann bekommt ihr natürlich eine e mail was ihr angegeben habt und dann müsst ihr erst mal 30 prozent zahlen und den rest den rest also rest 70 prozent müsst ihr erst drei bis vier wochen vor dem event selber dann zahlen das info video zu unserem crypto community treffen was hoffentlich 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 zusammenkommt findet ihr natürlich unten in der beschreibung ich weiß es ist eigentlich momentan ein schlechter zeitpunkt hier soll ein großes event zu ja zu managen zu planen zu versuchen weil einfach das geld natürlich nicht locker sitzt und und viele interessieren sich auch nicht mehr für crypto aber hier geht es ja eigentlich auch nicht nur um crypto und nicht um unseren geliebten crypto space sondern wir alle dass wir uns austauschen können die epische location genießen können uns kennenlernen können und einfach ja die aktivitäten genießen rund um die location und was wir für euch vorbereitet haben schaust euch gerne mal ein info video dazu an es wäre richtig schade wenn wir hier diese 200 leute nicht zusammen bekommen aber falls nicht ja auch kein hals und beinbruch dann versuchen wir es für 2024 ja das ganze zu gestalten also im jahr 2024 versuchen wir es dann für 2025 das ganze zu gestalten also seht ihr euch mal sehr gerne an unten in der video beschreibung so und jetzt komme ich dann eigentlich schon zur ersten news bezüglich age bar sorry dass ich immer wieder mal ins plappern komme aber lieber so wie zu wenig infos also freunde man möchte hier tatsächlich oder hat eine vision dass man die bilanz des planeten in ein public ledger hoch lädt oder ja einbringt das hat hier hinterher höchstpersönlich getwittert klingt crazy aber eigentlich ist es eigentlich auch irgendwo nachvollziehbar oder also ja wie futuristic ist es dann bitte ne also und dieses public ledger könnte etwa sein ja es ist unumstritten dass etwa eins der nachhaltigsten dlt da draußen ist ja und bringt somit alles mit dass man hier sich auswählen könnte für dieses vorhaben so und hier die news selber so hat sich carbon base das ist das gute stückchen hier also so somit hat sich carbon base mit der age bar foundation zusammengetan um asiens erstes digitales kohlenstoff register zu starten ja so ultra krass ist das freunde ihr bekommt es sowieso in den medien mit und so weiter ja wenn du jetzt persönlich auch nicht angetan bist okay grün grün werden und blablabla e-autos bis bis hin zu kohlenstoff neutral blibla blub das wird immer immer wichtiger und jeder stellt sich dementsprechend auf wie grün bin ich bin ich nicht so grün wird man dann mit mir wahrscheinlich nicht langfristig rechnen bin ich richtig grün ja dann passt die sache und zwar langfristig leute ja und hier denkt man natürlich auch langfristig und ja damit hier mitkommt by the way carbon base ist eine exponentielle technologie marke die sich auf nachhaltiges finanzen und blockchain gestützte technologien zur berechnung verfolgung zum handel und zum ausgleich von co2 emissionen konzentriert so liest euch gerne hier rein auf ihrer seite also alles richtung nachhaltigkeit und transparenz so und hier ein zitat meine willen kippen fans wir glauben an eine zukunft in der die bilanz unseres planeten in einem öffentlichen buch geführt wird also ein public ledger wir freuen uns dass carbon base und impact x den hedera guardian übernehmen um ein digitales natives register aufzubauen gzr wird digitales mrv ermöglichen die projekt abwicklung rationalisiert und das carbon credit management verbessern und so eine neue ära der transparenz des vertrauens und der wirkung im kampf gegen den klimawandel einleiten also freunde man baut hier auf hedera weiterhin auf punkt fertig aus bullisch ja mehr gibt es dazu nichts zu sagen ich möchte hier noch im kontext euch nennen in diesem zitat wird gcr als guardian carbon register und mrv als monitoring reporting and verification abgekürzt also guardian carbon register ist eine datenbank in der informationen über die bilanz des planeten in bezug auf kohlenstoffemissionen und absorptionen gespeichert wird und dieses register wird wahrscheinlich von carbon base und impact x übernommen und weiterentwickelt um die verfolgung von kohlenstoff bilanzen und aktivitäten zu ermöglichen also wie gesagt nachverfolgbarkeit transparenz und natürlich so grün wie es nur irgendwie geht und mrv dementsprechend steht für monitoring reporting and verification dies bezieht sich auf den prozess der überwachung berichterstattung und überprüfung von klima abgezogenen aktivitäten und projekten im kontext der aussage bedeutet mrv dass das gcr es ermöglichen wird klimaprojekte und deren auswirkungen besser zu überwachen darüber zu berichten und zu überprüfen dies ist entscheidend um sicherzustellen dass kohlenstoff kredite und aktivitäten ordnungsgemäß erfasst werden und den anforderungen an transparenz und vertrauen entsprechen so leute diese news somit auch nicht von heute auf morgen und dann passt da war doch mal was sondern nachhaltigkeit leute also es wird weiterhin auf h bar aufgebaut wegen seinen richtig geilen eigenschaften ja auch von der hashcraft technologie von daher ich bin weiterhin einfach überzeugt dass wir hier einfach ausrasten sehen werden im nächsten bull run aber spätestens einfach langfristig und mit einem gesunden wachstum über die nächsten fünf bis zehn jahre leute endlich mal eine werbung mit mehrwert bist du noch immer noch nicht registriert auf der börse mixi dann genießt jetzt die vorteile von der börse und registriere dich über meinen link den du unten in der beschreibung findest und spare dir zehn prozent rabatt und das lebenslang niedrigste gebühren höchste rendite 0 prozent spot maker und taker gebühren 0 prozent futures maker gebühren und 0,01 prozent taker gebühren die niedrigsten gebühren auf dem markt sehr schnell listings damit ihr am anfang schon dabei sein könnt maxi global ist unter anderem die top börse mit den meisten trading paren und mit den meisten gelisteten coins also ihr könnt nahezu alle coins die ihr euch wünscht und wirklich neu und aktuell am start sind könnt ihr alle auf maxi global zum beispiel sehen kaufen und traden sich über kaufen ihr könnt über debitkarte kreditkarte banküberweisung express peer to peer und drittanbieter ganz einfach und easy flockig kaufen und einzahlen weiter geht's mit den bullischen news freunde xdc bekommt auch nicht genug von denen wie es scheint oder wie es aussieht also xdc trade network verbesserte compliance bei der lei integration xdc trade network eine komplette suite von d apps die darauf abzielt die globale trade finance industrie durch die digitalisierung der dokumente und die verbesserung des zugangs zu kapital für sme zu definieren also für kleine und mittelständische unternehmen also einfacher ausgedrückt freunde hier nochmal auch die die news dazu also einfacher ausgedrückt die aussage dass das xdc trade network eine reihe von anwendungen also die apps entwickelt hat die darauf abzielen die welt des internationalen handels und der finanzierung zu verbessern ja diese anwendungen haben zwei hauptziele leute digitalisierung von handelsdokumenten also das xdc trade network digitalisiert handelsdokumente was bedeutet dass papier dokumente in elektronischen formaten umgewandelt werden dies erleichtert den austausch von informationen und dokumenten im internationalen handel hier nimmt man dann natürlich die geile vorteile des xdc blockchains mit verbesserung des zugangs zu kapital für kleine und mittelständische unternehmen also kmu das netzwerk möchte kleinen und mittelständischen unternehmen den zugang zu finanzmitteln erleichtern ja dass es einfach schneller geht das bedeutet dass es einfacher für diese unternehmen sein wird gelder zu erhalten um ihre geschäfte auszubauen oder zu führen ihr wisst wie schwerfällig das traditionelle finanzsystem momentan halt abläuft oder allgemein das system so und diese integration erfolgt mithilfe der live api die zugriff auf die gesamte funktionalität der lay datensuchmaschine also legal entity identifier bietet hier ist auch die offizielle webseite von gleich was natürlich auch in der beschreibung findet damit ihr hier nicht lange suchen müsst so und diese implementierung des lay ist ein weiterer meilenstein für xdc trade network im bereich der digitalisierung von handelsdokumenten gaben sie kürzlich ihre integration mit trade trust von imda bekannt einem dienstprogramm das dabei hilft eine vertrauenswürdige interoperabilität elektronischer handelsdokumente über digitale plattformen hinweg zu ermöglichen die den anforderungen des ancestral m letter entsprechen freunde m letter habt ihr schon mal von mir gehört was ist hier mit m letter gemeint also das ml etr ist ein internationales rechtsinstrument das von der united nations commission on international trade law also unctrall oder unctrall entwickelt wurde es hat das ziel die rechtliche anerkennung und den grenzüberschreitenden einsatz von elektronischen übertragbaren urkunden zu erleichtern so und das wurde alles samt schon hier mit xdc getestet und zwar erfolgreich getestet also ihr wisst bescheid auch dass xdc oder xinfin mit xdc network hier an unternehmen oder an unternehmen fokussiert sind und dementsprechend auch diesen weg vielleicht schneller gehen wie andere projekte hier auch noch mal m letter hier eine zusammenfassung hier könnt ihr euch natürlich auch und in der beschreibung das euch reinziehen dann freunde eine weitere politische news die einfach zeigt was ich denke und was ich euch schon gesagt habe nämlich dass xdc und auch etwa irgendwann in den top 20 oder top 10 wirklich ja dass die da oben einfach stehen werden früher oder später man hat hier us-staatsanleihen auf dem xdc netzwerk gestartet das ist hier eine meldung vom 29 august hier auch noch mal 29 august token is it us treasuries arrive to xdc network as digital bond market gross trade tech ja hier auf trade tech ist das ganze gestartet trade tech ein britisches marktplatz für private schulden und vermögenswerte hat dies gestartet die us treasury gilt also us t y token die professionellen anlegern ja also ich müsste hier ein abo oder sonst was mir ergattern also ich konnte es euch leider nicht eins zu eins zeigen was ich euch ja immer wieder ja zeige also bis ins kleinste detail worüber die rede ist in dem jeweiligen news aber hier müsste ich ja für products mich da anmelden book a demo und so weiter ja also leider nicht aber dennoch die news sind da und für professionelle anleger auf der yield tag plattform zur verfügung steht das zur verfügung repräsentieren anteile an einem etf für us-staatsanleihen und werden auf der xdc blockchain gehandelt die tokenisierung von vermögenswerten entwickelt sich zu einem wichtigen trend und das sehen wir ja auch allgemein tokenisierung und die nachfrage nach tokenisierten startanleihen ist in diesem jahr stark gestiegen ja und logischerweise schauen wir nach links und nach rechts ja so rational wie das nur irgendwie möglich ist egal ob es jetzt richtig bullisch sind auf xdc logischerweise haben nicht nur die dies ganze hier ja am start oder im auge xdc konkurriert hier mit anderen blockchains in diesem bereich darunter zum beispiel stella ethereum polygon und avalanche also von hier auch selber geschrieben von ihnen also von daher das hier auch ernennenswert wobei ich hier natürlich sagen muss ja ethereum gut wie gesagt ein projekt kann so richtig geil sein und und alles über flügeln und jeden und alles ja einfach in den schatten stellen wenn es die akzeptanz nicht erhält was eigentlich ihm zusteht dann ist es egal ja und ethereum ist halt momentan noch immer platz zwei wenn es um die größten projekte da draußen geht bezüglich dlt deswegen natürlich immer vorsichtig sein egal um welche news es geht ja wir müssen aber das ganze sowieso langfristig ja weiter spinnen das ganze und diese news hier in diesem video zeigen wir einfach mal wieder dass das ganze langfristig gebaut ist ja die block chain aufgebaut ist dass viele visionäre dabei ja ihr unwesen treiben im positiven sinne und einfach immer weiter auf diese block chains aufgebaut wird das stimmt mich bullisch und das stimmt mich einfach bezüglich dem intrinsischen wert einfach dass hier nichts künstliches geschaffen wird denkt wie aufgeblasen wird und irgendwann mal macht es puff nein hier wird darauf aufgebaut hier werden anwendungen getestet hier werden partnerschaften aufgebaut und hier werden reale lösungen auf den tisch geklatscht für die reale welt so leute vielen dank fürs vorbeischauen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr konntet was mitnehmen aus diesem video wieder mal und ja ich hoffe wir sehen uns auch im nächsten video bleibt am ball weiterhin klug investieren und logischerweise keine finanzielle beratung hier auf meinem channel tschau tschau euer avon ich habe sie in a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays so